hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge mario karl nicht mit baui heute der hat sich gerade disqualifiziert den kap hatten wir schon als allererstes aber nicht auf meinem kanal sondern auf dem aber ja aber aber ja hast recht hatten wir den schon ja ich glaube ich glaube da hatten wir da hatte ich irgendwie ja ist egal weil kann man nicht wende machen ja das ist sehr random ja okay egal das war die beste rennen mir hier die augen zugemacht und versucht um sich überhaupt die tasse zu hauen hat mehr oder ich habe hin und her gedrückt ja aber hin und her bringt auch nicht aber ich sehe das doch nicht ja ja wenn ich die augen zu wach sehe ich ja nichts mehr das habe ich gar nicht erwartet ja ich auch also der triforze club gekappt klar triforze club warum starten wir ganz am arsch der welt und warum bist du warum bin ich von nicht eigentlich immer ganz sind ja weil ich kann wo du hast einfach menschen aus dem weg gerannt ja so möchte ich bin über die halbe strecke geflogen weil zwei mich gleichzeitig gerannt haben ja das stimmt ich mag den auch nicht du hast du hast wenn wir die kurve runter aber du bleib mal miteinander nahe heute noch ein roter panzer auf gefühl die kis in dieser version ganz schön intelligent glaube ich nicht so intelligent wie ich war es nur ab was du gerade irgendein geräusch wo geht es mein roter panzer ist er blöd er ist gerade an dem vor mir vorbeigeflogen und fliegt jetzt die strecke entlang weil ein vollhorst was ich habe ich um meine blume mal jemand mit seiner blume wie sie sich küssen oder so egal wie schlecht es ist es muss nicht super ich habe wieder eine blume das ist einfach nicht okay ich habe ein blumen also bitte mal das auf twitter ich zeige das auch in meinem video da und in badoo ist auch nein du schneidest ja nicht auch das nämlich runter schneidest neu nein da kannst du nicht nur dass da das fanart von dir mit deiner teilen aber du bist ein arsch ne bin ich nicht wie weit bist du denn schon vorne das alleine schon arsch genug war wenn so anzugeben ob man blauer panzer natürlich immer das ist eine traurige geschichte ja da sollte man immer mehr nein eine katze macht schon wieder ihre krallen mich das ist und passen nein eigentlich nicht so schnell habe ich gerade auch mehr zu schmerz diese blöden trolleys sind mir auch immer im weg ja das sind zwar eher logen aber ist okay das ist auch trolle mir ist das wort aber nicht wie ich wollte drauf im alter wird schlimmer ja du hast einfach ich weiß nicht was wirst du für den vorsprung erfahren und wie ich meine ich habe blauen panzer abbekommen und war immer noch ganz ja eben man hätte zwei blaue panzer gebraucht das ist nicht fair doch das wäre das ist nicht fair dass du auf deinem kanal gut bist du weißt dass das die regel jetzt kommt aber erst mal der regenbogen wurde war der der krankeste regenbogenboulevard von allen wenn du a drücken würde das auch losgehen aber wir müssen noch die strecke anschauen ja den krankesten regenbogenboulevard das ist der alte der war früher auch vor allen dingen halb so groß das war viel schlimmer glaubt mir halb so breit meinst du ja die haben die strecken breiter gemacht das verstehe ich nicht auf dem gamecube waren es auch noch viel schlanker ich habe gesagt hau ab nicht gehen wir mit deinen bananen aber meine bananen kauf nein wir sind auch keine nananenbrot diese banane kauf ich mache gar nicht nein nein es wackelt immer wackelt das ich weiß immer nie wo ich erfahren soll längst reicht wo explodiert als nächstes soll ich turbo einsetzen ist es eine dumme idee turbo auf dieser strecke ist nicht ja da gibt es auch noch sagen darf und das dumme ist das spiel denkt immer es wäre eine gute idee und gibt dir alles an turbo was es so gut ja du willst doch schnell sein mein kleiner freund und dann bist du in panik warum wieso ist er genau ich habe ihn nicht grinsen gesehen diesen penner normalerweise grinst du doch immer da die wackeln ja der hat aber nicht gewackelt er hat wirklich nicht gewackelt ohne witz kann ich denke er hasst dich ich denke das kann aber nicht sein jetzt wirst du fast wieder erwischt ja das habe ich schon geahnt deswegen wenn du einmal in dem lauf bist dass die runter kommen dann solltest du das ist wie wie grüne welle wenn du 50 fährst das ist die perfekte welle das ist der perfekte tag um die schanzen hier fahr ich auch immer rum power overwhelming nein 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 genau in der sekunde in der ich voll verkackt habe schneller 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 oh nein jetzt kommt nicht wie ich noch so eine kacke ich sehe gar nein nein mein item ich sehe nix ich sehe wo glücker aber knapp das war wäre ich nicht abgestürzt alter ich hätte dich nass gemacht ich weiß ich bin in dem moment in der banane gefahren egal zwei runden habe ich habe noch zwei rennen aber ich hasse den kapp und ich bin da nicht gut aber du bist da gut drin das ist ja aber ich bin der banane gefahren wie so ein vollidiot nein nein polark der ist kacke millimeter millimeter jetzt ich habe miri also der tat ab hau ab mich trotzdem du blöde man da hat ihn abwehrpanzer wie kann man die grünen nicht abwehren du hattest den noch nicht hinten dran als ich ja doch ich habe es gesehen hat zum video nachguckt ja alles ganze video nachgucken ich habe es auf video guck's nah das ist einfach schon wieder nicht fair wieso ist das nicht fair ja weißt du genau warum ah das ist nicht fair nein das war nicht fair weißt warum weil es auf video ist nein nicht in der luft der war vor mir nicht in der luft habe ich gesagt das habe ich auch nicht gewusst dass du in dem moment in der luft war aber der boden kann auch nichts doch kann er jetzt kann ich nichts sehen auf der strecke ich habe eine münze wenn die münze wegen dieses schleim weg machen würde naja das wäre cool man müsste die tasse drücken damit mit der münze kannst du dir das gesicht ab da kommt lucky ich dachte du wisch dir das gesicht an einen lucky tour ja der bringt dann waschlappen und macht das da dran du arsch du warst hinter mir natürlich direkt hinter dir ich wollte gerade meinen roten panzer auf dich schicken nein da kommt noch einer der war nicht von mir nein leck mich doch ich liebe dich ich liebe dich aber der war eh nicht von mir die sachen also oh come on hast du diese maps hier das traurige ist dass ich so ein abwehrding für den blauen panzer gerade in dem moment aus dem item bekommen habe ne und was hat er dir gebracht ja nix weil ich ihn gerade da erst raus bekommen habe jetzt habe ich noch in der hand ja das heißt ich komme dir besser nicht zu nah nein ok war nicht für mich oh das war jetzt nicht so gut verdammt ich wollte da rüberspringen aber man kann über die kanten nicht mehr rüberspringen ne wenn die zu hoch sind kannst du nicht mehr rüber kackbomben ja genau vor mir die hat mich einfach nicht gesehen sie war unsichtbar wer die unsichtbare banane gerade achso ja gut die unsichtbare banane nein das gibt es nicht ehrlich was ich habe doch gesagt ich habe das abwehrdenken es wäre direkt an der ziellinie bevor ich drüber gefahren wäre hätte er mich erwischt und ihr hättet mich alle überholt und es wäre es wäre die apokalypse ausgebrochen hier bei uns aber wieso bin ich in deinem video gerade schlecht reden wir da mal drüber also theoretisch musst du jetzt in dem rennzehnter werden ist okay für dich und nicht erster aber ich weiß nicht ob du erster werden kannst was soll das heißen weil ich dich liebe nein du bist ein arsch und ich habe ahnung und du nicht ich möchte dir noch nicht zu viel zumuten dass du dir zu viel druck machst hallo hallo ich habe nicht mit dir geredet toll ignorier mich halt der remix ist cool für das lied oh stimmt ich habe das zuerst gar nicht erkannt ich bin ein arsch ich habe von den von den npcs habe ich das gelernt ein arsch zu sein du musst ein schwein sein auf dieser welt ich denke mal das sind bananen aber es sind die smaragde aber ich kann mich damit nicht anfangen du musst gemein sein auf dieser welt warum kriege ich eigentlich nur eine münze siehst du du bist erster und ich komme hier nicht um die kopf oh ich liebe dich und es tut mir ein bisschen leid oh nein du hast ein abwertiger ein glück oh vario bist du in meinem windschatten wie kannst du überhaupt in meinem windschatten fangen guck dich mal an und guck mich mal an was willst du ihm damit sagen du weißt dass vario ähnlich aussieht wie ich das ist einfach unrealistisch hallo ganz vorsichtig das ist einfach so unrealistisch ganz vorsichtig was du jetzt von dir gibst madame das ist einfach so unrealistisch ja das ist ein dicker von einem dünnen flugwind kriegt ja natürlich jetzt ist das ja dankeschön merke ich mir ja ok ja nein eigentlich ob warum kriegt denn die kurve hier einfach nicht wie ich auch nicht ja aber schon beim ersten mal habe ich es überhaupt nicht bekommen nur deswegen bist du jetzt vorne jetzt auch gratulieren wir doch mal glückwunsch ich bin auch fast zehnt da war du das ist das mit die kristalle freischaltet sterne das ist deins das stimmt allerdings so kriegst du nur zwei sterne wenn überhaupt aber meine ehre wenn vario weiterhin vor mir ist und ich nichts bekomme ich bekomme auch einfach nichts ach das bitte jetzt kürzt der arsch ab warum bekommen die npc so viele bessere items als ich jetzt habe ich die kurve wieder nicht gekriegt die kotzen gewonnen ha also das ist ein erster schon mal von nun alter war das ich wollte schon gar nichts sagen ja glückwunsch würde ich sagen glückwunsch auch an dich fürs erster sagen ja aber es ist schon wieder erster zweiter wie bei mir im video wer das nicht gesehen hat muss auf meinen kanal gehen und ich hoffe alle von miris kanal äh von meinem kanal sind hier können wir gerne mal in die kommentare schreiben niemand kommt zu mir und vor allem miri ein abo dalassen das gibt haue jetzt komme ich bei euch persönlich zuhause vorbei nein das wollt ihr alle ähm was kann man denn wie kann man denn jetzt kommt dann zwei wochen kein video das war jetzt so ein schöner moment wow toll vario aber ich möchte die schönsten momente sehen ich möchte aber unseren pokal genießen und wie die sterne wir gekriegt haben meinen pokal ja das ist schon mal ganz gut und ein neues fahrzeug glückwunsch ja na dann würde ich sagen beenden wir hier die heutige folge schaut bei bei louis vorbei bleibt schön feurig und ich bin bei louis bis zum nächsten mal tschüss tschau